Oh, ja Freunde, da läuft die Kamera wieder, erstes Video in diesem Jahr, wir sind in Trabzon und wenn ihr auch so einen Ausblick haben wollt, kostet so eine Villa 2 Millionen Euro und ja Freunde, heute Gala gegen Trabzon, wenn ihr gesagt Trabzon gegen Gala, wir sind heute wieder Auslitz dabei in Trabzon und ich würde sagen, es wird ein geiles Spiel, es gehört euch erstmal an diese Atmosphäre, dieses Feeling hier im 15. Cut in der Villa hier im Hochhaus in Trabzon und Freunde, Super League, erstes Spiel auf diesem Kanal, ein Super League Spiel und ich habe richtig Bock, ich zeige euch schon ein bisschen Trabzon, bisschen den Weg zum Stadion, wir sitzen auch heute in der VIP-Lounge und Freunde, ich würde sagen, genieße nochmal diese Aussicht hier. Geil, Alter, Stadion von außen. Da sind wir drin, VIP-Eingang. Oh, Gala, muss auf weg da. Guten Tag! Na, zurück und los! Okay, komm, gut. Na, du schon los! Hey, wie können wir es noch? Übel in der Migration. Na, du schon los! Junist, die Pirates! Na, du schon los! Na, ich bin jetzt auf termine? Na, du schon los! Dich bin ich? Da, du schon los! Da bin ich doch, da bin ich, aber du schon los. Ah, mal, du schon los?! Ja, das ist so viel, ja. Dann noch so ein Bandchen. Ein VIP-Bandchen. Let's go! Tratan, let's go, Junge! Ey, was für eure Tipps heute? Tratan, was tippst du? 1 zu 3. 1 zu 3 für Gala? Ja. Was tippst du? Ich tippe auch 3-1 Gala. 3-1 Gala. Jeder sagt 3-1 sagt 3-2. Mal gucken, Freunde. Geil, Alter! Let's go! Auslösung, wo ihr alle auch habt, Freunde. Könnt euch! Das ist Fernando! Viva von Travis, vollkommen aufreist, Freunde! So, Leute, hier die Startaufstellung auch schon von Gala. Ja, die Cardi heute nur auf der Bank. Aber egal. Wird schon, ja. Warte, wo ein Spieler draus ist. Das 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 ist. 8 numara 8 numara 14 numara 18 numara 33 numara 4 94 numara 34 numara 34 numara 35 numara 35 um 35 numara 36 35 Es geht los, Alter, let's go! Es geht los, Alter, let's go! Es geht los, Alter, let's go! 1-0 Sache, Junge! Ich will nicht geschlagen werden, aber deswegen, ich bin leise! Danke! Es geht los, Alter, let's go! Ich dachte, da war drin, Alter! Ja, richtig gesund! Lacken-Treffer, Mertens! Boah, Digga, so krass gespielt aber, ne? So krass gespielt! So, Halbzeit, Freunde! 1-0 für Gala! Jetzt können wir uns mal einen Snake oder so mit den netten Herren hier und dann geht's weiter in der zweiten Halbzeit! Dann machen wir zwei, drei Stück! So, Freunde! Zweite Halbzeit hat begonnen! Wir gehen zur Cola, ja, auch feucht, Digga! Ja, der macht sich nicht warm, Digga! Der spielt deutlich schwer! Ja, Philippa! straff! Ganz sicher! Und noch mal, culprit schönこれは! Sie sind los employer! Ja, wir haben auch noch was 준� stressiert! Hier sind ein Einwalt. Da war viel Kom blev 블� Machen! Das ist ein Diener, der Jungen-Diener. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, das ist ja nicht so gut. Nein, das ist ja nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Ich bin so gut. Es ist schon wieder mal ein Foto, ein Foto gewartet. Es ist schon wieder so schön. Es ist schon wieder ein Foto. Ich bin ein Foto. Ein Foto. Es ist ein Foto. Der Kampus war ein 1.000 Euro. 90.000 Euro, in der Kampus war. Destan! 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 Wer wissen möchte? Ne machst du? Wer wieexp youngest? Ich glaube, ich habe ihn gecheckt. 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 Ja, mein Bruder. Das war's, Freunde. Ja, Mann. Was ein Spiel, Alter. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns zum nächsten Mal in Trafford. Das war's mit dem Vlog aus Trafford. Galage wird am Ende 1 zu 5 in Trafford. War ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. War mein erstes Super League Spiel überhaupt. Und war eine coole Erfahrung, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Liken ab oder aktiviert die Glocke für mehrere Videos, Freunde. Und folgt mich herzlich auf Insta. Auf Insta kriegt ihr die neuesten News. Das war's. Und ja, genießt nochmal. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao. Ciao.